jetzt und damit ist es nacht und ich kann endlich ein bisschen was tun und ich grüße euch recht herzlich hier bei drug dealer simulator und wo ich noch gemeckert habe über zu wenig licht zum glück haben wir jetzt in unseren shop und wir können uns überall in der bude licht machen meine pflanzen sind eigentlich schon fast soweit ein paar sind schon soweit die könnte ich noch ernten aber mir gefallen die eigentlich ganz gut so wie die dastehen von daher lasse ich sie jetzt einfach noch ein bisschen stehen warum ich so froh bin liegt einfach daran dass ich heilige scheiße er ist es status erreicht habe und von daher würde ich gerne hier in west the town und is that town ein bisschen wahre verchecken ich habe hier relativ viel sage ich jetzt mal weil ich mit spraydosen rum geht ran bin da habe ich leider nicht geschafft ist dann slums ist mir jetzt eigentlich auch ein bisschen wurscht ist der town möchte ich heute auf jeden fall erreichen dass ich bad asia freischalten kann also von daher ist old town nein ist dead town muss ich suchen dass ich bitte das falsche aktiviert das wäre nämlich fatal two towers viele wollen wir da wahrscheinlich einfach nur ein bisschen kohle geben wir könnten eigentlich mit der town auch machen schauen auf kurz auf die karte kurz ja wir müssen sowieso dahinter ich denke mal dass überwiegend die beim friedhof rum gammeln werden hoffe ich von daher könnten wir mit dead town heute auch mitnehmen und 14 gramm kog ist natürlich schon ein wenig was ist dann slums west old town also ein paar sachen habe ich eben ausgeliefert sonst hätte ich den den status nicht erreicht dieser town ja drei kog und ich hoffe noch irgendwo is old town ich habe wieder auf der anderen seite ist der town der wird mir wahrscheinlich jetzt auch wieder abspringen ist der town so gucken wir mal was wir hier haben so 14 gramm ich habe jetzt mittlerweile auch schon wieder ein koffer abgeliefert da schon wieder 14 kilo meine güle liefere 14 gramm kokain zu charlie dress jetzt war ich verwirrt etwas so schauen wir mal 14 3 5 3 also 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 14 3 3 3 und 5 ok und wir brauchen noch zwei gramm mary die sollte ich eigentlich trite mariana eigentlich ist es total latte ich kann eigentlich alles da hinten reinschmeißen ich habe nämlich im auch wieder nach links und gekauft hier behälter zum glück hatte er offen da habe ich auch noch ganz viel trainer na gut das werde ich alles im lauf der zeit hinter hinten reinpacken warum nicht gleich warum nicht gleich kommen zack rein damit und wie sie brauchen wir zwei gramm drei gramm naja komm produkt verpacken wir nehmen einfach drei einzelne gramm raus und gut ist so lege ich jetzt einfach mal damit hin oder hinten wäre sogar noch eins gelegen na ja zwei gramm wäre möglich gewesen so ich speicher jetzt hier drauf der dritte speicherstand ist immer noch meine sicherung für alles so genau ja den hätte ich jetzt gar nicht annehmen dürfen wenn dann müsste ich die tasche dann wegschmeißen aber ich glaube das sollte man auch so hinkriegen so einmal hierhin ich habe wieder mein zeug nicht mit dabei aber macht jetzt ja das schon mal gar nichts so was kriegst du 14 gramm coca dann das heißt das wandel ist für dich und dann alle drei auf dem friedhof hinten da ist natürlich das gute wir können schön hinten rum laufen weil hier läuft ja keine polizei rum die wandern ja immer nur da vorne rum ist zumindest eine kleine ecke in der mir hier laufen können und verchecken können wobei hier sollen auch welche rumlaufen habe ich mitbekommen so schauen wir mal hier stehen überall diese bänke ach da bist du hier ist es fünf gramm coca bitteschön dann kommst du wahrscheinlich die drei gramm oder und du kriegst die zwei gramm marie alles klar jetzt werde nur von vorteil wenn wir in unser haus kommen die waren halt vorhin schon mit drogenhunden unterwegs das ist ein bisschen doof von daher bin ich jetzt ein kleines bisschen vorsichtig das war jetzt knapp würde ich mal sagen aber ich glaube die sind durchgelaufen ja die sind da hinten durchgelaufen das ist halt auch so fies ne dass die da hinten rum wandern aber gut das ist halt einfach das ist halt einfach so so moment ich wollte das hier einstecken und wollte dann die tasche eigentlich da lassen und dann nochmal einen kurzen sicherungsspeicher machen dann gucken wir nochmal drauf jawohl fuchs von der wall street ist auf jeden fall schon zurück halt moment ich müsste hier eigentlich zumindest ein kleines päckchen tried speed haben wenn nicht dann kann ich ja auch kokain nehmen wurde mir als tipp gegeben dass ich auch kokain nehmen kann warte mal ja ich will immer geld dabei haben und wenn es nur das ist so speichere ich schon wieder ich höre schon wieder funk schauen wir mal ob wir jetzt genau in die streife rein laufen oder nicht wo bist du da ja im grunde kann man schon grenzübergreifend liefern die sind glaube ich noch weit genug weg glaub ich ja ja schauen wir mal wo wir hinflüchten können das problem ist halt immer wenn es dir hier über die straßen flitzt da kannst du direkt in die nächste streife rein rennen so entweder die kommen hier von links oder von rechts und sehen mich oder nicht mal kurz warten wenn dann kann ich auf jeden fall hier geradeaus zack über den lkw drüber und dann sind wir nämlich auch schon hier wieder ähm zu hause mach lieber ein bisschen langsamer also home sweet home also irgendwie sehe ich das hier mehr als meine heimatbasis an als das andere jetzt bin ich wieder voll auf speed und alles geht so schnell fuck naja gut schauen wir mal ob wir bei stink was haben mit sicherheit weil ich habe das nämlich vorhin erst ausgeliefert ich vermute mal alter marktplatz dass man hauptsächlich geld abholen sollen hier stink 33 amt jawohl erträge erträge ähm two towers nein erst einmal nicht ich mache jetzt erst einmal hier eastern slums muss ich auf jeden fall dann machen ähm ich gehe um eastern slums west 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 mit alter marktplatz na logisch vertick für mich das ist in ordnung dankeschön dann habe ich hier noch mal stink und das war es glaube ich ja jep okay mal wieder durch die gegend beamen 38 oh halt tasche 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 da ist nur eine drin und wenn ich die raus nehme ah doch da kann ich so dafür schmeiße ich das geld hier jetzt mal rein ist egal so was haben wir gesagt 38 gramm mary ja bald kann ich mein eigenes zeug verticken sobald ich das hier alles los habe 19 19 so 33 ampf ähm typ so 11 mal 3 und dann haben wir noch 8 und noch mal 6 gramm so dann machen wir über die hier 3 mal 2 dann kann man das nämlich wesentlich schneller auseinander halten dann mache ich das da rein und dann ist glaube ich auch schon gut so dann ist gut let's play dude schau mal wo direkt hier rechts von uns jawoll also was hast du ja her mit dem geld ja hi du bist der dealer gib mir das dope alles klar hier bitteschön 158 flocken so da ist der andere bloß ja mal wenn man hier so zur straße hin steht ähm man kann gesehen werden und das ist eigentlich ohne gerade gut oh der hat sich schon in die wohnung verdrückt so dann haben wir da hinten noch jemanden wenigstens laufen sie jetzt nicht mehr mit hunden rum das ist auch schon mal ganz gut so die 33 jawoll bitteschön und jo level 67 das ist gut und dann ganz links drüben nochmal mit geld abgabe bisschen lausche aufmachen aber ich höre nichts normalerweise hörst du nicht einmal was so servus jo her mit der kohle 667 hervorragend pfeifen uns mal ein bisserl speed rein ups voll gegen die mauer gerannt bam so dann würde ich sagen machen wir 2 towers als nächstes 2 towers so den da wollte ich eigentlich benutzen 2 towers west old west old east old canal downtown 2 towers 23 coke das ist hervorragend und 21 coke 18 speed jo es läuft es sind slums kennel ok hier ist jetzt gerade nichts das heißt wir haben 44 44 cooker ok dann machen wir hier 3 und das 7 mal dann hätten wir die 21 und bei den 23 naja gut machen wir einen 20er und einen 3er jo und hier noch ein 20er das passt und dann haben wir noch 18 ampf dann nehme ich auch noch von dem neuen bevor ich das amgravi nehme ähm 18 ups so 9 mal 2 alles klar dann sollte ich das alles schön parat hier haben ok wo steht ihr ok einmal hier bei dem container alles klar ich hoffe die werden heute wieder beliefert alle zum glück hört man ja die die bullen von recht weit schon mit ihrem gepiepe 18 das war dann das hier bitte mit dem warte und dann hier noch einmal zwischen drin und dann hier noch einmal zwischendrin oh moment dann bekommst du die 7 x 3 so und du kriegst dann die 23 ne, jep, perfekt, hab ich schon gedacht, aber ne, ich höre keinen Funk und nichts, keine Ahnung wo die wieder rumschlawenzeln, vielleicht haben sie sich auch in die Büsche verkrochen zu zweit, so, jetzt gucken wir mal hier drauf, Charakter sollte, ne, ich bin ausgebaut, ich weiß nicht, für was man die Skillpunkte dann an dem Punkt noch braucht, keine Ahnung, so, das hier geht anscheinend immer weiter runter, also man bleibt irgendwie immer auf dem Stand hier, vermute ich jetzt mal, dass das hier dabei bleibt, so, wir brauchen, wo können wir jetzt halt noch hin, wir könnten West Old Town oder East Old Town machen, ja, da können wir abholen, das Geld abholen, das machen wir vielleicht dann später noch, ich hoffe, das klappt, West Old Town, wir könnten West Old Town machen, 16 mal 50 Gramm und wo soll ich die hin liefern, hier vorne, ne, ne, das trifft sich ja gut, dann, ähm, Moment, da ist nur Geld drin, im Grunde kann ich dann den, obwohl, ich kann den ja behalten, ne, hier müsste ich eigentlich auch noch irgendwo sechsmal, das ist aber recht wenig, dann haue ich das Geld da rein, und wir brauchen, was haben wir gesagt, 16 mal, also 10 Pack fehlt noch, 10 mal, das ist Kabatsubi, da hinten, glaube ich, habe ich nichts drin, außer leere Koffer, habe ich noch was in den Mixern, nein, nichts, nichts, hm, das ist blöd, das ist Angravie, okay, komm, dann, dann mischen wir uns schnell was, äh, das ist Mary, oh, da hätte ich ja noch, da hätte ich ja noch, obwohl, das ist, äh, das Kabatsubi, das ist eher was für meine, für meine Kunden, ich nehme, äh, lieber, ähm, hier wieder, das Zeug, und mische das für einen Labelana, was ist da noch drin, 10 Gramm, naja, ist ja egal, weg muss es, so, dann machen wir hier nochmal 30, ähm, dann habe ich noch so enorm viel Backpulver, äh, da habe ich noch 12 Gramm drin, warte mal, ne, 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 da habe ich jetzt erst einmal hier ein paar Päckchen weg, weil, es nervt mich eh schon die ganze Zeit, dass die Dinger hier rumliegen, hier muss ich mir auch unbedingt noch eine Lampe kaufen, also die Lampen sind wirklich gut, da kann die Ecke noch so dunkel sein, die Lampen, die machen dir auf jeden Fall gutes Licht, Ups, nein, äh, sorry, das wollte ich machen, na, muss halt sein, irgendwann mal, ne, das ist klar, so, 131, dann lassen wir das jetzt, hat, gut, dann haben wir hier 240, dann würde ich sagen, wir nehmen, haben wir doch Zucker irgendwo, Viagra, Zucker, 130 Gramm, da haben wir einen, äh, getrockneten Aceton-Mix, ja, kommt, dann machen wir jetzt halt mal hier, äh, Zucker mache ich jetzt halt mal hier 40, dass wir das loskriegen, ne, und den Aceton-Mix, machen wir dann quasi den Rest, so, Mix anwenden, äh, neue Kokain-Mix, das passt, 80%, perfekt, so, 1x100, 2x100, 240, ich weiß, ich könnte jetzt noch mehr strecken, aber warum, weil verdient sich hier sowieso schon ein Arschvoll Geld, ehrlich, so, das haue ich jetzt komplett rein, und den Rest fülle ich mit Zucker auf, obwohl, warte mal, wir müssen auch ein bisschen Backpulver loswerden, ne, machen wir 20 Gramm Zucker, und dann machen wir den Rest mit Backpulver, so, der wird sich freuen, 80 Gramm, das passt, so, dann können wir die zwei mal laufen lassen, dann wäre es interessant, warte mal, dann tue ich das hier, ja, tue ich das da rein, ja, komm, ich tue das da rein, die 50 Gramm ist ganz egal, die sind eh ganz unten jetzt, 10 Packen brauchen wir noch, da laufen jetzt 12 Packen rum, dann machen wir jetzt halt mal West Old Town, wenn ich da zufälligerweise in der einen Hütte noch was habe, dann liefern wir das aus, so, West Old Town, Big C, West Old Town, 40 Bambinos, West Old Town, nochmal 40 Bambinos, East Old machen wir dann, Alter Marktplatz, schon wieder, Supermarkt, Downtown Eastern, West Old Town, 2 Amp, ah, die Lieferungen, die sind zu schön, 11 Cooker, na, logisch habe ich die, so, dann lasst mich mal zusammenpacken, 35, 41 Cooker, dann brauchen wir 80 Amp und nochmal 2 Amp, und dann machen wir hier 80, jawohl, gut, dann müssen wir das eigentlich alles haben, schauen wir mal, alter Marktplatz, der steht hier zwischen den Hütten, dann können wir da hin, ja, das ist super halt wieder, ne, weißt du, also egal, aber der Weg ist eigentlich hier am besten, ne, hier rum, da rum, dann hier, und dann hier zurück, und dann können wir hier in unser, ah, ich wollte eigentlich hier in das kleine Apartment, dann gehen wir hier in das kleine Apartment, und versorgen nochmal East Old Town, dann machen wir quasi jetzt halt hier so einen kleinen, Rundlauf, ja, wenn es denn geht, weil die nämlich gerade genau vor meiner Tür rumlungern, die Deppen, die stehen irgendwie da hinten, da sind sie, die zwei, mit Hund sogar, okay, aber ich bin doch gar nicht mehr so, ich bin doch gar nicht mehr so gesucht gerade im Moment, normalerweise müsste der Hund hier voll ausflippen, wenn der an dem Haus vorbei geht, na gut, es wachsen hier keine Pflanzen, ne, insofern, apropos Pflanzen, da muss ich auch wieder rüber schauen, oh meine Güte, die Zeit rennt schon wieder, also gut, nochmal speichern, was brauchst du, 11 Gramm, gemütliches Ausliefern, kannst du nicht einfach auf 11 gehen, so, der nächste, haben wir dann gesagt, ist da, warum rennen da gerade jetzt so viele rum, 2 Gramm, du wolltest die 2 Gramm, alles klar, eigentlich warte mal, wenn ich auf die, naja doch, das ist ein Quatsch, wenn ich da jetzt halt mitten rein renne, wir gehen jetzt halt darüber, ist egal, der Belaner, der wartet ja, so, servus, da stehst du rum, 35, guck mal, dann warte mal, dann kriegst du, habe ich das, ne, warte mal, das ist ja falsch, ähm, was wolltest du 35, jetzt bin ich ganz schön hier, dann kriegst du, die 2, aber das ist doch auch, äh, habe ich da jetzt zu wenig mitgenommen, dann hätte ich ja jetzt halt nur, 30 Gramm, und der will 35, scheiße, warum habe ich jetzt da zu wenig mit eingepackt, okay, abbrechen, sorry, stimmt was nicht, ja, ich habe was vergessen, alter, das ist jetzt natürlich ganz doof, da muss ich nur gucken, wo der rumläuft, okay, gut, so, jetzt hoffe ich mal, dass ich, wieso habe ich das vergessen, oder habe ich da jetzt nicht aufgepasst, so, wir brauchen 35 Gramm Coca, ich habe hier, ich habe hier, Amph, die 40, 40, tatsächlich, mir fehlen tatsächlich, 5 Gramm Coca, habe ich mich so verrechnet, ey, ja, ist in Ordnung, 5 Gramm Coca, alter, wie kannst du dich so verrechnen, so, aber das müsste trotzdem noch von der Zeit, auf jeden Fall gehen, so, jetzt überlege ich nur gerade, ob wir jetzt da so rumgehen, aber den Weg habe ich jetzt eh schon eingeschlagen, ne, nur kurz warten, weil es muss nicht sein, dass ich jetzt hier noch als Geflüchteter rum, aber die sind glaube ich weggegangen, okay, hast du meinen Stoff, 40 Gramm Amph, so, jetzt müssen wir eigentlich hier, chack, einmal quer rüber, ich höre keinen Funk, also, gib Speed, da stehst du, servus, die 40 Gramm, jawohl, zack, und jetzt würde ich sagen, wenn ich schon da bin, aber ich glaube, da habe ich nichts, wie würde das Speed reinpfeifen, ups, mal ist halt wieder so ewig schnell, ey, das ist der Hammer, so, was habe ich denn da, KUKA, 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 was haben wir hier, 150, 150, das wäre ein, sechsmal Kokain Mix, was haben wir hier noch drin, ah, 45 mal 50 Gramm Kokain, jawohl, das ist, was ich will, das ist gut, weil da habe ich so viel schon vorgemixt, 16 brauchen wir, akzeptieren, 50 Gramm neuer Kokain, 16 mal, alles klar, das ist cool, so, aber dann können wir das nämlich gleich mitnehmen, das da würde eh nicht reichen, also lassen wir das, dann machen wir einmal den, let's play dude, wir machen das Licht aus, und gucken mal, wo die rumtingeln, sehe ich sie da irgendwo, da vorne sind zwei, und dann auch noch mit Hunden, alter, ach ja, so ein Nachtausflug, aha, okay, da vorne laufen zwei, da sind zwei, ey, sag mal, ist das übel oder was, wohin laufen die jetzt, okay, die laufen da entlang, gut, dann mache ich jetzt halt nochmal hier einen Speicher, ups, muss es jetzt irgendwie riskieren, gut, dann hat es gepasst, man muss halt einfach einmal rennen, aber deswegen speichere ich auch immer wieder, nein, das willst nicht du, du willst das da, du willst das da, das da, das da, und das da, so, und hier ist der Container, zack, ihr bekommt das da, jawohl, und sie sind glücklich, und dann gehe ich an meinen Lieblingsort, auch, warte mal, ich wollte hier auch mal reinschauen, weil das ist ja auch unsere Bude, da habe ich noch nichts gekauft, ne, das wäre im Grunde auch wieder so ein, so ein guter Schuppen eigentlich für Indoor Pflanzen, auf jeden Fall, wir sind jetzt genau an der Stelle, das ist total bescheuert, und ich würde nämlich gerne rüber wollen, habe ich, ich habe die Tasche einstecken, ne, mein gut, die Tasche, die ist leer, die könnte ich auch hierher schmeißen, und jetzt werden wir nämlich nochmal um einiges schneller, und jetzt gehen wir da lang, der labert immer, wenn ich dran vorbeilauf, jetzt laufen die auch noch zurück, ich will doch nur da rüber, okay, also riskieren tue ich es jetzt halt nicht, dass ich da durch den Tunnel komme, ähm, gehe und, komme dann genau, den Bullen irgendwie in die Arme, deswegen, ich tue es nochmal speichern, und normalerweise sollte, Lass uns mal da schon rüber, jetzt laufen da auch zwei, auch noch mit Hund, da schnarcht jemand, wir laufen da vorne rum, oh man, leckt mich doch, na gut, das ist mir jetzt ein wenig zu doof, ich will jetzt hier keine nächtliche Rennerei haben, ich gehe jetzt mal wieder in unser, ähm, Urbüro, ich speichere hier ab, und würde sagen, beim nächsten Mal geht es weiter, und dann werden wir uns hier, ein bisschen Geld abholen, vom Labelana, weil der hat ja doch, äh, jetzt hat mittlerweile, schon ein bisschen was von uns, oder für uns, also da fehlt noch einiges mit dem Gangruf, mit dem Gangruf, aber jedenfalls haben wir jetzt schon, äh, fünf Koffer zum Abholen, na dann, das wird eine lustige Sache, okay, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, lasst mal ein Kommentar da, und dann täte es mich wahnsinnig, freuen wir dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sein, in dem Sinn macht es gut, habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, oder was auch immer, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao!